Was haben wir mit Ordner? Ja, und jetzt sind wir live! Ist das Christian? So, jetzt sind wir live! Ihr seid ja schon ein bisschen bescheuert! Doch, komm! Wir müssen jetzt langsam hier anfangen Ich war schon Also alle, die da sind, hallo! Hallo, grüßen ist mein Job Genau Hier ist Moses Hier ist Tüchen und da ist Toni Der zeigt sich, nee Aber man kann ja Jetzt ist er weggerannt, jetzt kann ich ihn nicht zeigen Also das ist jetzt einfach nur so ein kleines Experiment Wir wollen einfach nur Eine halbe Stunde Ein Glas? Es ist draußen! Nein! Also wir trinken hier Cola Cola Also Stuben frei haben wir Und äh, wie gesagt, das ist Claudi Dann kommt er gar nicht Pono-Schlüssel zurücknehmen Wo sind wir denn hier überhaupt? Keine Ahnung, ihr habt doch Nur das Headset jetzt so liegt Ja, wir sind so richtig gut Ich grüße jetzt erstmal Ich grüße den Zeny Ich grüße den Harry Ich grüße den Scott Und Samy und den Marlon 80 Leute Quatsch Das ist ja keiner da Samstag haben, Primetime Kimi ist da, hallo Kimi Keiner weiß, wer hier sitzt, ne? Mach doch noch einen Tweet Ach, automatisch Ja Das ist ja richtig fortschrittlich Alter So Was läuft hier? Äh, das ist ja prozent Hier sieht man deinen Puls normalerweise Ja, mein Puls, ey Da steht eigentlich 180 Ja, da muss ich aber, ähm So, Mama Das ist ja Hightech Das ist ja Hightech Und wir machen eine Hausparty Ja, wir wollen jetzt eine kleine Hausparty machen Mach mal ein paar Leute ein Hä? Ja, weil Ja, weil ich... Was denn? Ach so Ich kann hier Kannst da die Facecam ausmachen Und da kannst du, äh Ich hab Pause machen Oh, so wollen wir nicht Mach die Pause weg Ach so, im Leid für eine Pause, du Ochse Machst du ja eh keine Pause Warte mal an Ich hab doch keine Ahnung von Zimms Ich hab doch keine Ahnung von Zimms Baumenü Wie kannst du... Äh, komm, quatsch mal an Hallelu Quatsch hier an Du bist doch der Typ jetzt Quatsch hier an Nee, du bist der immer wo dieses Ding drü- ist Ach so Deinen quatsch den Hund an Kannst aber hier durchschalten Dann kannst du die anderen auswählen Oh, den hast du jetzt gelöscht, Mensch Oh, den hast du jetzt gelöscht, Mensch Sag nix Angie Hä? Mein arme Spielschreiber Fiffikus, wir werden deinen Spielstand jetzt crashen Du hast aber richtig hässliche Leute gebaut Du hast aber richtig hässliche Leute gebaut Das heißt, wie ihr Tütchen warst Ja, Tütchen ist es Er schläft heute in deinem Bett Also wir machen nur eine halbe Stunde hier so Mist Und dann ist gut Ja, was müssen wir machen Du musst einfach mal so vier Wände drum ziehen Ey, komm, pass auf, wie geht denn eigentlich das Baumenü in, dann bauen wir uns mal eine richtige Eule an. Nein, ich hab die Haare nicht gemacht. Ist doch egal. Nein. Komm mal die Mütze ab. Nein. Mütze ab. Ich hab keine Haare auf. Hä? Komm mal die Mütze ab. So, komm mal die Mütze ab. Oh, ich bin der Allereichter hier. Oh, oh. Hier, guck mal. Hast du gehört? Deine Tochter guckt zu. Oh, oh, oh. Boah, scheiße hier. Oh, was ist das wieder? Alter, das ist realiert doch schon wieder. Guck mal ein Video. Ich bin hingewangen. Ey, ey, das ist endlich gut für dich. Ja, ist alles gut. Wir haben die Wohnung aufgeräumt, die Tüte halt alles sauber machen. Ja, wir haben einen Geschirrspüler, das eigentlich. So, also wir bauen unser Experiment. Wir bauen uns jetzt die perfekte Frau. So eine Büffelhüfte. Ist doch weh, ey. Biffelhüfte. Was ist das? Sind Sie sicher? Kannst du hier Jedi daraus machen, oder was? Was ist das? Oh, wie? O, wie? Was da alles geht! Das ist ja mittlerweile echt affig, was da alles geht. Wir machen mal. Wir machen mal eine richtige... Das ist doch nur Kopfbedeckung, wo du jetzt bist, oder? Ja, na sicher. Mach doch mal Kopfbedeckung weg und mach einfach mal ein richtiges Gesicht. So, Haare, lange Haare. Ja, guck mal, nee, nee. Geh mal hoch, geh mal hoch. Warte mal, mach, kling mal an. Nee, gefällt mir nicht, nee, 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 weg. Daneben, daneben. Guck mal hier, guck mal hier, noch mal weiter runter, noch mal. Guck mal. Hey, warte mal. Aus. Ja, wir sind so schön, guck mal. Denn eine Brille und dann machen wir so zur Lehrerin. Da müssen wir aufpassen, weil Toni hat wieder Träume heute. Nacht. Ja, der wird... Heute macht er nämlich alleine da noch Livestream. Verlangt noch wird mir ein bisschen warm hier, meine Freunde. Mach die Mütze ab! Nein, die Mütze muss sein. So, äh, Moses, du achte mal ein bisschen auf den Chat hier, was die Leute da schreiben. Ja, die sind so inaktiv. Hey, aus Belgien. Hallo, hallo! Brücker ist da, sehe ich gerade. Alle anderen, die jetzt auch da sind... Kiss ihn aus, Vini. Alter, wei... Alter! Oieieieieieiei! Wie hat Sport gemacht? Auf dem Pferd, mal hier. Ja, mit C-Spec. Oh, nee, das ist... Nee, dein Schälzer vorne liegt ein Ander. Das muss ja wirklich sein. Musst du da keine. Ach! Tattoos? Tificos, wo gibt's denn Tattoos? Ähm... Es blieb mal eins, zwei da oben. Ey, du musst nicht... Auf die Zitzen, ja! Auf die Zitzen, ja! Nein! Auf die Zitzen, ja! Auf die Zitzen, ja! Ah! Ah! Ja! Ich bin ja gar kein Fan. Was von? Kann sein, aber muss unbedingt sein. Oh, nee, wirst du? Ah, nee, machen die so viel! Doch, doch, doch! Ja, aber überleg mal, die wird älter. Oh! Guck mal, da unten ist ein Madroschka gewesen! Guck mal, hier, da unten! Ja, genau! Ähm, warte, jetzt mal die Frage an den Chat. Ähm, wenn jetzt ein normales Tattoo ist, ja, für eine normale Frau, und jetzt kommt Zoe, dann wird das ein Doppelzutag? Hör doch mal auf! Das ist irgendwie nicht auf uns! Ey, das ist doch nur ne Frage! Ey, das ist schon geil! Ja, jetzt wird schon gefragt, welcher von denen ist denn Chris Maximus? Der da hinten! Der da! Der da! Der läuft weg! Der will nicht vor die Facecam! Äh, Toni geht jetzt erst mal scheißen, die Sau! Hahahaha! Ist der in den Arsch geweig? Der Sau ist von Outge! Was hast du denn für Geschmacksfehlung? Wirklich, ey! Was gibt's? Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Wie ist das hier so viel? Na, was ist denn? Die muss ja so viel packt sein! High Tower, Bodhi, äh... Augenfrau! Ist das die echte High Tower aus, äh, Pulis Academy? Ja! Das ist der richtige... Richtig aus, Pulis Academy! Wird er sein können! Völlig zugehackt! Jetzt hier! Nein, mir ist warm! Mach doch mal das Gesicht erst mal! Das sieht wirklich aus wie die Fresse gedreht! Ja! Du kannst doch nicht... Du musst beim Haus auf meinem... ...Pornament anfangen! Meine Knallnase! Ja! Da geht's nämlich schon los! Oh! Äh! Äh! Mal richtig, äh... Hand anlegen! Nase! So, so sieht's gut aus! Von Hitchi, wa? Ja! Ohne Scheiß! Richtig schmoll! Kaktose ist auch am Stüssel! Grüß dich! Ja, alle sind sie hier! Ja, ich krieg's wieder in die Schuhe! Was hier fabriziert wird! Wie immer, ne? Boah! Was ist denn aus? Heute Abend werden die schlafen, ne? Hahaha! Du kannst eigentlich ganz und viel, aber irgendwie gefällt die mir... Ey! Boah, wie die grinsen! Alle, die hat ein Doppelkind! Kannst du mir den anderen die ganze Figur noch ändern? In Tinder, man? Halt, du Schieb! Mach doch lieber wieder so einen kompletten Hut! Ja, hier kann man doch auch zufällig nennen! Mach mal zufällig nennen! Mach mal so lange zufällig, bis was ist ja! Ah! Eier! Hallo! Ah komm, wir machen jetzt Tinder-Match! Weiter! Wir suchen jetzt die Freundin für Toni! Wir suchen jetzt die richtige Freundin für Toni! Toni! Ja, guck mal hier! Genau! Weil du so blendest! Ja, das hier! Irgendwie so zufällig... Das sieht ja aus wie die vom Gamestar! So heiß! Natascha! Becker! Toni wird nämlich die absolut heiße! Wie ist das? Ja, die macht bei Gamestar immer die Lüge! Schwanger? Ja, die ist nur die... Nein, die ist Reiterin! Ja, das ist wunderbar! 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 Dann close ich auf, geht's! Los, Attacke! Wir machen hier Sims-Multiplayer denn! Wer hat die hübscheste Frau? Ey, wir sind jetzt 96 Leute, die jetzt dazu gucken, wie wir hier in der Match per äh... Wir sind wieder Natascha Becker! Ich zeige, das ist von der... Ja! 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 Eier! 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 Die können wir noch speichern, oder? Geht das? Hau dir in die Familie, oder? 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 Kroketten! Aha! Das ist doch was im Essen! Das ist Kroketten! 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 Hau dir einfach jetzt irgendwo in die... Was ist das andere noch gewählt? Das... Ey guck mal! 98 Zuschauer! 98 Zuschauer gucken an wie wir hier Tinder-Met... Auch dein Kanal muss mehr Sims kommen! Okay, kommst du hin? Jetzt hol mir einen Hocker. Ich hol mir erst mal einen Hocker. Ja, Opi, hol dir mal einen Hocker. So. Jetzt kommt Quality-Con. Labisa Pruma! Wanjini Mikosa! Sapoma Wabasi! Sarpava Chorg! Lampima Ruskin! Ha ha! Algarez und Kirak! Was ist das denn? Also. Leute, der untergebende Sonne. Falls ihr uns versteht. Der Gründer der CML. Das war nämlich damals Moses. Ja, du hast mit die Finger im Endeffekt. Ja. Erwähne mich nicht immer mit der CML. Wenn ihr Probleme mit der CML habt, Nein! Nicht bei mir! Moses, du kannst ja mal ganz kurz erzählen, was für Nachrichten du dir immer so bekommst. Wir müssen uns lauter stellen. Wir müssen hier reden. Achso. Also. Die hören uns nicht. Die hören uns nicht, sagen sie? Ne. Ja. Also. Moses. Weil du hast ja kein gescheites Mikro hier. Ja. Das ist wirklich traurig, dass wir mit so einem Tinder Match Sims hier mehr Zuschauer haben als... Chris Penn, feier dein T-Shirt. Herr Warner! Wann kommt mal wieder Anno? Anno kommt... Kommen doch noch DLCs. Hör doch mal auf, Mensch! Anno, kommen doch noch DLCs? Ach, ich hab keinen Bock mehr auf Anno. Okay. Ja, äh... Danke für die Abos, meine Freunde der Unterkindensongel. Und... Ja, mein, ey. Ich hab einen Euro gespendet. Was ist das? Ein Euro? Ja, ein Euro! Juhu! Ähm... Ne. Moses hatte die glorreiche Idee, wo wir draußen gesessen haben, nach dem Grill. Immer ich... Das Messer in der Hosehof ist das ein Hammer. Wir haben getoastet, eher. Ja, 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 ja. Hallo, hallo, hallo! Der Ton ist wieder an! Jetzt ist er wieder da. Halte einfach so! Sag doch nicht hallo, 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 hallo! Ich halte jetzt so! Ja, da sind wir alle einig. Ton... Ja, es ist gut. Wir haben es gelöst. Wir haben es gelöst. Mit seinen kleinen Wichsgriffeln. So! Baue jetzt Großmutter weiter! Was willst du mit einem Hund, Mensch? Wir wollen ja keinen Hund haben! Das ist Eleko! Eleko, die schnellste Zunge von... Tausch! Genau! Meine Tochter versteht mich noch nicht. So! Also, die kann weg! 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 Warte mal, die sieht sehr streng aus! Streng? Wo sieht das denn streng aus? Die Brille! Die Brille sieht streng aus, sagst du! Oh! Äh, die ist auch wie eine alte Lehrerin! Nee, die ist so... Äh, nee! Nee! Wirklich! Also, da hast du... Da hast du den verloren bei den Tinder-Match, sag ich dir! Heute Abend nichts mehr los, ne? Ja! Also, man muss sagen, immerhin kam bis jetzt noch nichts mit blauer Haut oder so'n Quatsch! Oh! Juri! Warte mal, die hat gute Charakter! Ja, mit der kann man ganz viel... Äh... Ja, genau! Oben rechts, das kleine Fenster, das sind die Sims! Haha! Alle Ecken! Nein? Nee, aber deine Glatze da oben! Guck mal deine Glatze an! Ich bin auch schon alt! Naja! Boah, selbstsichert! Ja! Fantisch! Oh! Oh! Guck mal an! Oh, kuschel, kuschel, kuschel! Wie sonst noch was! Die soll so sportlich sein! Hoffen kannst du, guck mal! Oh, ja! Wo ist mein Trinken? Oh! Der ist gerade! Oh, das neues Fläschchen! Doch! Der wird getrunken! Ob das dann alle ist! Die Frau in der Mitte ist Chris, das ist richtig! Der ist doch fast alle! So, die Frage ist, wer ist jetzt Chris Maximus? Nee, du musst da oben reinklicken! Da hab ich doch! Wir wissen immer noch nicht, wer Chris Maximus ist! Da! Wer da ist es? Wer ist Chris Maximus? Oder er! Oder er! Ich bin Toni! Nee! Ich weiß nicht, bist du auch nicht! Schnauze! Aber hey! Bickel! Das find ich gut da oben! Ja! Einsatzflugungskompanie 31! Oh! Ordentlich! Ordentlich! Ja! Torfmann! Ich mein eigentlich das Bild da! Wie? Guck doch mal hinten die Bilder an! Das ist lustiger! Nee! Hast du dir noch ein Bild irgendwo wo du noch ein Sixpack rauskommst? Das macht meine Ema! Das ist 20 Jahre her! Jo, da war ich Landesmeister an Bankdrücken, sag ich dir! Boah! Da hab ich alles weggenommen! Jo, da kommt schon wieder die Frage wann Anno kommt! Ey! Ihr könnt doch echt mal Anno spielen! Nein! Ich hab keinen Bock auf Anno! Warum nicht? Nein! Warum nicht? Nein! Simpsons! Sven, danke für dein Abo! Kevin, du bist ein richtiger Ehrenmann! Einfach Kevin! Wo seht ihr das? Ja! Der Allerechte! Ach, da! Da und da! Da und da! Also hier rechts ist quasi live und links ist vertreten! Das ist der Livestream und das ist OBS! Der Livestream! Warum hast du das Fenster? Kannst du nicht nur den Chat aufmachen? Wann will ich denn die Fratzen da sehen? Weil ich sehen will, dass das alles funktioniert! Die Fratzen da sehen jetzt nicht! Siehst du doch hier rechts so doof, Mann! Ja, eben! Trotzdem, ich bin so! Außerdem kann ich mich rechts und links sehen! Wenn ich mit Basecap machen will! Der Hintere mit Basecap? Das ist Tütchen! Das ist Tütchen! Oder Toni! So, mach weiter jetzt hier! Ja! Was? Alle hast du gesehen? Das kommt an! Ich finde das noch... Ja! Okay! Was? Mein Bot ist kaputt! Mein Bot ist kaputt! Ja! Du sollst weiter drücken! Ach ja, warte mal! Oh! Du hast jetzt nicht... Na ja, Handschellen! Der Nightbot löscht Nachrichten! Was ist da passiert? Ja, dann haben sie bestimmt irgendwas Böses geschrieben! Was hat er geschrieben? Klick mal drauf! Ich bin 10! Was? Ja! Musst du aus dem Spiel raus irgendwie! Du kannst doch da einfach draufklicken! Ach! Ein paar E-Mails! Oh! Nightbot! Oh Gott! Ja! Ja! Was willst du denn mit einem Hund, Mann? Mann! Ich will doch keinen Hund haben, Mann! Die machen so viel Arbeit! Ja! Katzenpaule willst du haben, ne? Ja! Eine richtig schöne Muschi! So! Mach mal weiter! Super! Hast du jetzt die Madroschka hier reingeholt? Ja! Ah! Guck mal da! Guck doch einfach mal, was er da gebaut hat! Die ganzen Familien! Die lassen wir alle jetzt arbeiten! Familie Roth! Keine Ahnung! Ich weiß nicht, wie es ums geht! Warte mal! Ja! Das kann ich! Ja! Das kann ich! Julia Roth! Ich würde gerne was drücken! Das ist übrigens die Tochter von Claudia Roth! Genau! Haha! So, Papa! Hier ist er! Anno kommt nicht mehr! War die Antwort! Nein! Anno ist nicht mehr! Das ist er wieder! Ja! Ja! Aber ich will was! Schmeckt scheiße! Danke! Also ich würde ja gerne Berliner Luft nehmen! Also müssen wir jetzt Anno spielen! Die Leute fordern Anno! Ach! Mann! Wenn einer sagt Anno, dann springst du ohne gleich aus Fenster, oder? Einer sagt Anno? Warum soll ich, wenn einer Anno sagt aus dem Fenster springen? Naja! Das ist doch so ein Sprichwort! Mann! Du weißt schon! Wer sagt, dass man aus dem Fenster springt? Mann! Wenn einer sagt, du springst aus dem Fenster, dann springst du ohne aus dem Fenster! Doch! Der Chef sagt schon! Ja, den Chef! Wenn der mir vorher einen Fallschirm gibt, dann erst recht! Wann kommt Fortnite? Ey, Bodi! Trollen ist verboten! Es gibt einen Permabann! Ey, aber das wäre mal ganz lustig einfach mal! Aber das würde ja zu lange dauern hier runterlaufen! Sims ist doch gut! Oh! Das ist ja ein richtiger Checker! Hat der denn eine Brust, oder was ist mit dem los? Was ist das denn? Was ist denn das für ein Typ? Hä? Was ist das jetzt? Klick doch mal an! Das ist der Felix Weishaupt! Da steht es noch! Das ist ja, wenn du mit der Maus drauf gehst! Ah, wo kommt der Leer? Sieht aus wie so ein Ärztezentrum! Das ist ein Arzt! Ach, der Hundedoktor! Der Hundedoktor! Der Hundedoktor! Guck mal! Guck mal, der spielt auch Sims! Auf der Arbeit! Auf der Arbeit! Komm! Komm! Komm in die Kellen! Nee! Guck mal auf so ein Haus da! Guck mal auf so ein Haus! Ah, jetzt musst du doch da bauen können! Genau! Ah! 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 Ich mach mir mal mit Andy zu fam used! ? Ah! 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 Photoshop! Ah! 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 ein Headset. Du brauchst mal ein Mikro. Ich brauche ein Mikro, da brauche ich erstmal Kohle. So ein richtiges Mikro kostet richtig Kohle. Ach Quatsch. Ich habe kein Geld mehr. Bei mir ist ein Kroatien, das ganze Geld ist weg. Letzt Cam größer, spiel ich. Nein, da hast du so einen Button, wo man ein Vollscreen-Webcam macht. Nee, du musst... Ihr rein. Mach doch nicht so groß, Mensch. Doch jetzt... Das ist doch scheiße, das siehst du vom Spielen nur Schmerz. Das ist das Spiel. Das ist Sims. Erstellt mal einen Maximus. Du hast schon wieder einen 111er-Puls. Ja, guck mal, das ist identisch mit der Anzahl der Leute, die zugucken. Noch kein Puls. Toni, komm gerade vom Scheißen. Ist die Webcam jetzt richtig? Wieder? War ein bisschen nach oben. Ich stehe jetzt nicht mehr. Wo ist es? Ihr bewegt den Rumpf. Rumpf. Hat man Toni jetzt gesehen? Ja. Guck doch mal, guck doch mal auf die Webcam. Ist doch gut. Da soll ich mich hinstellen? Sie ist doch schon, oder? Walking Dead. The Walking Dead? Where is the Walking Dead? Man, ich komme jetzt langer und schwitze. Was trinken? Also, es war nur ein kleines Experiment. 120, wie viel? War ich hier? Also, jetzt mal der Chat ganz ehrlich. Ich habe jetzt das Mikro vor meiner Gusche. Jetzt schreibt mal rein, der Chat. Habt ihr die Leute so vorgestellt? Moses, Tütchen. Das kennen die doch eh schon alle. Woher? Woher? Von deiner Pornhub-Seite, oder was? Äh, gut. Ja. Stimmt. Du warst ja unter Eleko drin. Stimmt. Die schnellste Zunge von Hessen. Ähm, ja, wie gesagt, schreibt es mal rein. Und, wie, das war einfach nur aus, hier, er ist schuld. Er ist schuld. Ja, also Tütchen, Hoses, da hinten in der stillen Ecke, weil Leute, die Scheiße bauen, kriegen 300 Sekunden. Weil, meine lieben Freunde, baut nie Scheiße. Er ist geliebt, er ist geliebt, er ist geliebt. Scheiße. Und alle werden jetzt sagen, wir haben den Toni gesehen. Das ist unfair. Das ist unfair. Er hat sie nicht rasiert, ja? Jedenfalls nicht, äh, die... Gut, wir machen weiter. Die machen alle heiß hier, da schreibt gar keiner. Die reden gar nicht mit uns. Ja, ey, seid ihr nicht ganz nussbar? Wir geben uns hier so viel Mühe und organisieren hier... Na, Toni ist schon aufgenommen. Toni. Toni. Wir haben den Toni gesehen. Wir haben den Toni gesehen. So, Toni, jetzt kannst du gleich live machen. Ja, Quatsch. Ja, jetzt ist nur noch Toni live zu sehen. Oh, Körper ohne, ne? Körper ohne, was ist... Halt doch die Gusche, das ist dein blöder Suff hier. Äh, dein... Bindersuff. Ja, genau. Hier von... Was hast du hier wieder von Match? Ey, Tütchen, die Leute sind baff von deinem Bizeps. Kannst du mal sehen? Zeig doch noch mal. Piu! Das ist ein Bieser, oder? Das ist ein Bieser. Baaah! Der Fethügel, ja. Ey, ey. Ja, das ist nur ne Wulst. Randesmeister im Bankdrücken, 1995. Randenburg. Boah, ich sollte weniger trinken. Mach mal weiter hier. So, ey, ich würde sagen, also wir machen nicht mehr lange, wir machen jetzt gleiche Pumpe-Düse. Was machen wir? Pumpe-Düse. Warum? Weil mir warm ist. Wir müssen auch, sieben, noch Leistung machen. Wir müssen, ja, die Sonne leuchtet. Wir müssen, ich würde sagen, wir machen noch mal hier so ein Bau-Tinder-Match. Fernseher in die Dusche. Da muss er hin. Nee, der muss irgendwie so sein, dass du beim Einlegen auch richtig gucken kannst. Da ist ja die Dusche im Weg. Da wirst du die Dusche an der Stelle. Da ist ja die Tür, reiß die Tür weg. Das war ne Scheiße. Also Architekt wirst du nicht. Also im Fernsehen? Toni baut jetzt. Toni ist jetzt der Oberbauer. Landwirtschaftssimulator, was ist das? Warte mal, jetzt kann man ja nochmal. Ja, lass uns. Ja, so. Warum ist der so schüchtern hier? Das gibt's doch gar nicht. Ja, weil er ist VIP, ist der. Was ist der? Ja. Ja, da hast du recht. Das muss nicht sein, da hast du recht. Kann ich ändern? Mach ich ja. Wird alles klar, meine Freunde, meine untergehende Sonne, ne? Die kriegen gleich beide ein Pernaband. Ey, hör jetzt offen mit Schreiben, du sollst hier arbeiten, Mann. Für was wirst du bezahlt, ja? Na, für gar nichts. Fürs Durchfressen. Also, nur mal ganz kurz, ja? Ich habe es geahnt, aber nicht hundertprozentig gewusst, dass die heute kommen. Dein schlimmster Albtraum ist wahr geworden. Ich wollte eigentlich heute, ja? Ich habe so ein bisschen Videos gemacht, ein bisschen Chili und ohne... Chili hast du auch gemacht? Nee, brennt nicht. Warum hast du uns das nicht serviert? Ja, nicht mal. Nee, ich wollte chillen sagen, aber... Chili, wie heißt das? Chili, Milli. Ach, Willi, Vanilli. Ahne. Genau. Dann habe ich mich hingelegt. Ich habe Katzenpaul ein bisschen, ja, Futterchen, die hat die ganze Zeit gefressen. Und dann dachte ich so, ich lege mich einfach mal vor die Couch und liege einfach mal ein bisschen. Und dann kläht es. Und dann steht ihr Beten. Was ist mir da unten? Mit mir hast du nicht gerechnet, ne? Ich habe da schon was geahnt. Ich habe da meine Connection. VIP-Connection. Ich quatsche einfach irgendwo. Ich bin der VIP. Stimmt. So, und dann waren die Beine da. Ich war sowas von müde. Ich hätte schlafen können. Weil ich wollte eigentlich um 20 Uhr einen Livestream machen. Äh, den Assassinen. Deswegen ist das hier als kleine Alternative. Äh, deswegen. Pff, völlig Bockwurst. Assassine kann er eh nicht. Du, äh, mein Freund, frühen Leben war ich Assass... Mit Freunden, frühen Leben. Mit frühen Leben. Du, die ganze Geschichte auf dem Assassinen beruht eigentlich auf meiner Lebensgeschichte von meinen... Hör auf jetzt. Du weißt, dass man als Assassine ein bisschen sportlich sein muss, ne? Damals als Morgensternkrieger. Morgensternkrieger. Ja? Da habe ich aber richtig agiert, sage ich euch. Aber richtig, ja? Die ganzen, äh, äh, Jugendlichen heutzutage, die können doch einfach nur eins liegen und meine Videos gucken. Das ist übrigens auch ein guter Einwand. Man legt sich nicht vor die Couch, man legt sich drauf. Nee, es ist... So funktioniert eine Couch nicht. Nee, ich wollte einfach in der Nähe von Katzenpaule. Der hat so schön geschnurrt. Im Haus fehlt noch. Haus. So. Was schreiben die Leute noch so? Du sollst trinken. Ich trinke auf euch. Es ist nur Cola. Cola ist nicht gesund. Cola Light ist gesund. Lüge. Und ich sage euch, eins ist gut. Zucker ist gut gegen Zähne. Ich lag erst vor zwei Wochen eine Stunde beim Zahnarzt. Hast du viel Zucker, ja? Aber nicht wegen deinen Zähnen. Gibt man das? Diesen lieben Herrn Karies. Ach, von denen habe ich auch schon mal was gehört. Aber der ist irgendwie böse, oder? Der klopfte mal gerne an auf die Zähne. Ja. Ja, weil du keinen Stromanschluss hast. Und dann kommt die Frau Zahnärztin und dann wird eine Stunde gebohrt am Zahn. Weißt du, wie cool es gerade ist, wie du mich hier so anguckst? Wieso? Das sieht irgendwie sexy aus. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Wie konnte ich mit dem Bengel schon in einem Raum schlafen? Hast du den okay? Ja, und da muss ich... Creep. Creep. 5 Euro. 5 Euro. Creep. Das ist ein hochintelligenter Mensch, ein Psychologe. Und der hat wirklich... Tony macht ein Tinder-Match. Was? Was? Das ist offen. Aber... Romanze, siehst du? Dass seine Stimme passt nicht zum Körper. Von wem? Von wem? Von wem? Von Tony. Oder zu meinem Körper. Ja, ich bin... Ich war früher mal ordentlich... Aber... Hast du den Zahnarzt gebissen? Welche obere Führung? Ich sehe gar nichts mehr. Die obere Führung? Wer ist denn? Dreimal Fragezeichen weiß ich noch nicht. Aber eher... 4,2... 4,2 Entertainment auf der Plette. Was macht ein Hund im Büro? Weißen. Oh... Ja, ein Hund im Büro. Stromberg. Ja. Wir haben 136 Zuschauer, die hier zugucken. Als wären ja immer mehr hier. Ja, ja. Wir müssen öfter vorbeikommen. Ja, ja. Ich schwitze. Brauchwelle. Er hat die Haare schön. Er hat die Haare schön. Aber nein, das wird nicht so leicht. Mach mal hier... Ich hab doch... Pass auf. Pass auf, du... Pass auf. Du, scheiß auf Bauen. Da ist nicht mal eine Tür im Bad. Ist doch scheißegal. Nee. So, pass auf. Du hast nur einen Fernseher drin. Okay. Aber langsam wär ich ganz schön... Ich wollte eigentlich heute nur noch drehen laufen. Kannst du doch. Leuchten laufen. Du brauchst ein bisschen frische Luft gleich. Ja, ich glaube auch. Also, wir werden nicht mehr lange machen. Den hat er, glaube ich, nicht verstanden, Tom. Hä? Danke für deinen Abo, mein Freund. Ich hab gesagt, der braucht ein bisschen frische Luft, aber der hat er, glaube ich, nicht verstanden. Ich brauchst eine Abo. Guter Mann. Guter Mann, Finn. Ja, Finn, du bist ein Ehremann. Musik ist. Ja, so ist... Ey, Mann. Wenn wir weiter so machen, dann haben wir den hier, den... den, äh... 88er überholt. Ja, jetzt wirst du noch schöner. Naja, Baujahr 88 oder auch nicht. So. Wir wollen nochmal droschka bauen. Wir bauen jetzt nochmal schnell nochmal droschka, dann ist hier die ganze Soße hier vorbei. Das reicht dann völlig zu. Sorry, ich hab von Zimsk keine Ahnung, was... Ah ja. Ah ja, ey, mach mal Männer weg. Mach mal Männer weg. Ey, das... Ey, weg, weg, weg. Die ist so dürre, Alter, das hast ja Angst. Was, die reden noch? Ah. Ah! Ah, guck mal, ihr... Konnichiwa! Ich muss wirklich sagen, die Banga-Dinger sind ja manchmal gar nicht so doof aus, ne? Banga, wo ist die Ogen da alle? Ey, woher du jetzt hier? Die soll da wohnen, wo du... Brich den da doch nicht durch. Mensch, Mensch, da ist doch kein Widerstand da. Hallo. Hey, wenn ihr Maschine... Komm her, hier, Maschine, Ersatzteil, weitermachen hier. Oh, Mann. Mach mal einen Würfel. Wo ist er an? Ah, guck mal, die sieht er aber am Gesicht. Das sieht aus. Von der Oberweite her passt das. Ey, aber truschbar seid ihr. Und von unten hoch? Jetzt hat's einen Plattarsch. Mach weiter, würfeln, würfeln, würfeln. Hör auf, Mensch, da kannst du nichts mehr retten. Das ist doch was für dich. Oh, ey, ich muss ehrlich sagen... Die Kamelfurt? Ja, die kommt aus Ägypten. So. Eins muss ich sagen, das habe ich auch beim letzten Livestream gesagt, ja? Dreh die mal um, dreh die mal um. Oder? Soll ich dich mal umdrehen? Nein, ich muss sagen, ich habe Jogginghose an. Nee, glaubst du? Oh Gott. Ich habe Jogginghose an. Das will doch keiner sehen. Er hat's ausgedrückt. Dreh mal um, das ist eine Jeanshose. Ey, Mensch, lass mal eh eine mit Jeanshose. Also. Ja, genau. So, dreh um. Das ist eine Hüfthose. Ja, heutzutage, heutzutage tragen sie, gib mal Dings her, heutzutage drehen die Mädels die Buchsen bis hier oben hin. Hier. So? Das sind High-Waist-Hose. Die, ey, die sind zum Kotzen. Die sind so hässlich. Wenn, die Mädels heutzutage bewegen sich ja ohne. Ja, nein, Tyler, da geht die Hose bis ganz oben durch. Ist ja eckerhaft. Freu dich. Pfui. Du bist doch da auch. Ja. Ich krieg hier Luft mehr. Atmen. Man fühlt sich schon wieder bei 119. Ey, 120. Ey, 119. Ja. Also wirklich, äh, also Mädels. Da ist ja eigentlich immer wieder drauf. Da passiert nichts. Nüscht. Nö. Nüscht. Oh, das sieht das. Das sieht, Leg Leger oder wie nennt ihr das? Das ist halt. Nüscht, aber das ist eine Anzeige. Guck mal, jetzt hat er diese kleine Ferkellein hier, ne? Sieht da so gleich aus. Kennt die gar nicht. Das ist nicht jugendfrei. Tütchen, was machst du da? Mal ein Panzer-Grenadier. Ey, hau mal ein Brick. Ey, Bähl. Treffst du zusammen. Ja. So. Warum hast du auch ne GTI-Mütze auf? Weil ich, äh, der nächste Wagen wird ne GTI, hoffe ich doch. In zwei Jahren. Das sag ich aber mindestens schon vier, fünf oder sechs Jahre. Du. Wenn ich hier auf Hallo drücke. Ich bin lieg. Oh, jetzt. Oh, jetzt. Hallo. Da im Chat, gucke. Dann hab ich irgendwann mal eingestellt und dachte, hab ich nie gedrückt. Du, äh, kannst du nicht hundertmal spammen, Mensch. Hallo. Hallo. So, baue weiter. Also, äh, wir machen jetzt bis 23 Uhr, dann bin ich kaputt. Äh, ich denke mal, das reicht. Hier mit dem Livestream. Oh, ich bin irgendwie ganz schön. Ich brauch so ein Stream-Deck. Die Dinger sind cool. Zu Hause. Du hast ja alles gar nicht geblieben. Ja, von wem hast du denn das? Wissen wir doch nicht. Es hat sich noch nicht gesagt mit dem Licht, ne? Es ist immer noch so hell. 26 Grad. Das ist, weil ich. Oh, habt ihr alle Stream-Decks? Ich will auch eins. Ja. Irgendwann kriegt man hier Nachos. 130 Zuschauer. Ja, es ist eben blöd. Feedback, wie gefällt euch der Stream bis jetzt? Sollen wir das öfter machen? Nein. Das Problem ist, jetzt haben wir... Und was spielen wir beim nächsten Mal außer Sims? Das Problem, was ich jetzt habe, meine Freunde. Ja, jetzt hat's ja gemacht. Eigentlich habe ich aus der Zentrale. Kannst du es nochmal machen? Kannst du es nochmal so machen? Bild Talk aus der Zentrale. Was können wir als nächstes tun? Big Matt, Bande ihn weg. Nein, nein, wenn, dann heißt es hier... Ey, Toni, was ist mit dem? Bote, Bande ihn weg. Nein, das Problem, was wir jetzt haben, jetzt habt ihr ja eigentlich alles schon gesehen. Jetzt ist das Problem natürlich mit den 100k-Kommomenten. Mein Kopfhörer löst. Jetzt mach mal das Mikro wieder hierher. Jetzt steckst du mir nicht in die Nase. Denn rasche sind die Haare. So. Dann, ja, vielleicht schaffen wir ja schneller die 100k, dann seht ihr mich öfters, aber vielleicht... Öfter, öfters gibt's nicht. Wie öfter seid's öfter? Darum muss ich erst mal was trinken. Deutsch einsetzen, ich fahreide holen. Was du irgendwie in jedem Fach? Außer bei Triangel, da war ich leistungsgut. Das wird Fach. Da war ich in der ORA-Eleco. Da war ich in der ORA-Eleco. Mann, halt doch mal die Gusche, ich wollte ja trinken. Trinke doch mal. Da oben, da, geht's aus. Also, ich hoffe, ich hat's gefallen, mein lieben Freunde. Ähm, das ist das Abschlusswort. Er macht's ja nicht, ich muss es ja übernehmen, Mann. Mit diesen Worten mache ich jetzt einen Fisch. Und ich sage, haut rein, macht's gut, bis bald. Euer Maximus. Ey, du Arsch, Mann, du sollst raus, ihr Arsch.